Ja Freunde, der Volley hat sich die Honda DeVille gekauft. Ja, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Ganz einfach, ich bin damals, als ich meine Trude gekauft habe, auf das DeVille Forum gestoßen. Dort war immer ein reger Austausch über Navigation und so weiter und da habe ich unheimlich viel gelernt. Ja, und da konnte ich mich daran erinnern an die DeVille und zwar als kleine Schwester von der Goldwing. Tolle Verkleidung, tolle Koffer, passt unheimlich viel rein. Und eins, was mir wichtig war bei der ganzen Sache, wenn ich mit der Trude unterwegs bin, bei schlechtem Wetter, da habe ich meistens drei bis vier Stunden dabei, das Ding wieder sauber zu machen, das habe ich hier nicht durch die Verkleidung, einfach mit einem Schlauch drüber abwischen, fertig. Ja, und ich sage mal, bis dann, on the road und denkt dran, Daumen hoch und ein Abo dalassen. Danke und Tschüss. Tschüss.